Guten Tag, ich bin Herbert Renspolster, ich bin Kinderarzt und Publizist. Ich wollte Sie gerne einladen zu meinem Web-Talk über die Frage, wie wir als Familien mit unseren Kindern nach der Corona-Krise, hoffentlich ist sie bald vorbei, wie wir weitermachen können, was wir daraus lernen können und wie wir vielleicht möglicherweise auch gestärkt aus dieser ganzen Sache hervorgehen können. Gerne vorbeischauen, ich freue mich drauf. Vielen Dank.